Das Express-Wetter-Update Der Regen im Süden klingt am Vormittag langsam ab und es setzt sich in den meisten Regionen zeitweise die Sonne durch. Vor allem im Westen und Norden, sowie entlang der Alpen-Nordseite, gibt es auch ein paar Regenschauer. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1300 und 1800 Metern. Es weht schwacher bis mäßiger Wind, in manchen Orten Österreichs kann es aber auch lebhaft werden. Im Süden ist der Wind allerdings schwächer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 22 Grad. Und wir blicken in den Westen. Die nächsten sieben Tage präsentieren sich hier unbeständig. Der Samstag beginnt regnerisch bei maximal plus 15 Grad. Bis Montag wird es unbeständig bleiben bei starkem Regen und Gewitter. Am Dienstag wird es etwas freundlicher und hier kämpft sich zeitweise die Sonne durch. Die Temperaturen allerdings gehen wieder deutlich nach unten, bei minus 5 bis plus 7 Grad. Am Mittwoch nehmen die Regenwolken dann wieder deutlich zu und man muss mit dem unbeständigen und regnerischen Wetter wie von Anfang der Woche rechnen. Auch im Osten wird es in den nächsten sieben Tagen wieder regnerisch und unbeständig. Bis zum Montag muss man auch hier mit durchgehenden Regen rechnen und die Temperaturen liegen zwischen 0 und plus 16 Grad. Auch hier präsentiert sich der Dienstag als freundlichster Tag der Woche und hier kann die Sonne durchschauen bei bis zu plus 8 Grad. Am Mittwoch kommen dann wieder die Regenwolken zurück und bis Freitag bleibt es dann durchgehend regnerisch und unbeständig. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und plus 15 Grad. Am Mittwoch kommen dann wieder die Regenwolken zurück und dann wieder die Regenwolken zurück und dann wieder die Regenwolken zurück.